Diese Ohrringe stehen dir gut. Ich trage nicht gern Pyjamas. Das ist eine ansprechende Krawatte. Ich warte vor dem Supermarkt auf dich. Ich hätte gerne dieses Paar Handschuhe. Gibt es einen Schlussverkauf auf dieser Website? Gehen wir ins Einkaufszentrum. Schwarz ist elegant. Trag niemals Socken in Sandalen. Dieser Schal ist elegant. Brauchst du etwas Geld? Nein, ich brauche kein Geld. Dieses Kleid steht dir gut. Seine Größe ist 55. Was möchten Sie kaufen? Sie steht hinter dem Tresen. Gibt es in der Nähe ein Kaufhaus? Wie viel kostet das? Should I wear a tie? Nein, ich brauche ein Tresen.